Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krips, und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier Spaden sind mein Befehl zu hinterfetzen! Oh, weicht euch das einfach gleich rum? Der Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen, nie das verrestige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen, des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Luppe hingelt! Es hat mit denen nur als witzigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf Mist gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! ... Däunsel war sie wohl! 곧 ... ... ... ... ... Vielen Dank.